Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 17 im Karrieremodus mit Würzburg und mir, dem Trainer MG Musmit. So, wir dürfen heute mal wieder trainieren. Ich würde mal sagen, wir übernehmen das vom letzten Mal und das simulieren wir alles. Joa, ähm, wir dürfen wieder gucken, dass wir ein bisschen mehr Punkte machen und das auch alles so funktioniert, wie wir es haben wollen. Ähm, das auf alle Fälle. Momentan sind wir nicht so gut unterwegs. Sechster Tabelle. Es geht, Mittelfeld passt, aber wir sind halt, ja, momentan ein bisschen gefährdet. Die 69 Prozent, ja, ist nicht unbedingt zufriedenstellend, das ist klar. So, äh, unsere Zielen sind gefährdet. Ja, 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 ja. Äh, bitte behalten Sie spezifisch in meinem Auge. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ei, 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 ei. Was? Wie bereits zu Beginn der Saison besprochen, ist das Fördern unserer Nachwuchsarbeit ein wichtiges Ziel für den Verein. Derzeit scheint dies gefährdet zu sein. Hä? Okay. Muss ich mal gucken. Spieler verletzt schon wieder. Fällt acht Tage aus. Erlbogenverletzungen. Oh, schu... Schuppert zart. Mann, 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 Mann. Ziele anzeigen. So, verpflichte einen Jugendspieler in derselben Saison, in der sie gescoutet wurden für die Profimannschaft und sorgen sie für einen Einsatz. Okay, ja komm, das kriege ich hin. Das kriege ich hin, aber erstmal müssen die Spieler besser werden. Danke, Chef. Hallo Trainer, ich weiß meine Rolle im Verein zu schätzen. Und ich werde weiterhin versuchen, immer das Beste zu geben. Danke, dass Sie mich so oft einsetzen. Bitte, bitte, bitte. Die letzte Partie. Hey Trainer, danke, dass Sie mich haben spielen lassen. Ich habe mich ganz gut geschlagen, denke ich. Passt schon. Würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Ja, wieso ist das eigentlich zielgefährlich? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ist halt mal so. So, ein Samstagsspiel. Kann ich Sie was fragen? Ja, fragt mal. Schauen wir uns mal an. Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen. Geben mir ein bisschen Spielzeit. Der Torwart, unser Dritter. Naja. Wie sieht es denn eigentlich mit den Finanzen aus? Ich sink hier immer mehr. Das ist natürlich... Naja, naja, naja. Nicht so geil. Ja, deswegen müssen wir auf dem Platz mal wieder überzeugen. KSC, wo sind die momentan in der Tabelle? Die sind 16. Also einer von der unteren Hälfte der Tabelle. Ein Sieg muss her. Das definitiv. Das definitiv. Und spielen. So, stelle ich heute nichts großartig um. Wieso denn auch? Freistöße machen wir heute nicht. Habe ich keine Lust zu. Irgendwie. Kommt ja auch mal vor. Und ja. Wir wollen natürlich das Spiel sehen. Gegen den KSC. Und wollen da auch profilieren. So. Ähm. Ja. Gegner erstmal mit Anstoß. Oh. Hab. Oh. Schön hier mitgenommen den Ball. Oh, come on. Es war gar nichts. Shit. Naja. Ein guter Versuch direkt zu Anfang. Den Ball schön abgenommen. Aber naja. Hilft nicht. So. Hier gleich mal aggressiv ran. Gegner wieder mit Einwurf. So. Sauber. Immer schön Druck machen. Da passieren Fehler beim Gegner. Hoffe ich jetzt mal. Da komme ich nicht ganz hin. Schade. So. Wo wollen sie lang? So. Ohne Momento. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stört mich hier. So. Spieleinstellungen. Ah. Hier steht auf Koop. Deswegen. Dachte ich es mir schon. Dass hier mich irgendwas stört. So. Ja. Noch vor dem. Von The Journey. So. So schon ein bisschen eher. Ich brauche die große Kamera hier nicht. Einfach weil ich die Übersicht gerade nicht brauche. Ach. Come on. So. Kopfball. Den kriegen sie noch durchgedrückt. Ecke für den KSC. So. Ecke kommt. Den hat unser Keeper. Komm. Lauf mal ein bisschen. So. Hier ruhiger Spielaufbau. So wie er sich gehört. So. Sorry. Dass ich das nicht vorher gecheckt habe. Shit. Der Pass war kacke. So. Wir laufen den Ball mal wieder hinterher. So. Hier. Sauber. So. So. Come on. Was mache ich denn? Das erste Spiel heute läuft mal wieder gar nicht. So. Dranbleiben. So. Da oben geht es lang. Ja. Da komme ich nicht ganz hin. Aber da kommen wir hin. Oh. Come on. Da ist er schon wieder weg. Der geht zum Glück in die Wallerei. Ja. Der KSC drückt. Das ist klar. Die wollen hier heute die Punkte. Aber wir leider auch. So. So. Sauberer. Guter Spielaufbau. So. Wo gehen wir lang? So. Da ist ein bisschen Platz. Hier über dem Flügel. Ah shit. Da ist er weg. So. Und auf den Gegner Druck aufbauen. Kommt schon. Wir wollen das Tor. So. Immer hinterher laufen. Das ist natürlich gar nichts. Wir wollen natürlich eigentlich das Spiel dominieren. Aber das ist irgendwie momentan noch nicht drin. Das wird hoffentlich noch bald. Ach komm. Und dann spiele ich ihn ins Aus. Einwurf für den Gegner. So. Schön mitgenommen. Oh. Come on. Kriegt den Ball doch endlich mal unter Kontrolle. Das ist eine riesige Lücke. Oh. Und dann kassieren wir das Gegentor. Mensch. Ärgerlich wieder. So. Haben sie schön rausgespielt. Haben die Lücke abgewartet. Und dann. Ja. Waren wir überfordert. So ein kleines bisschen. So. Wir mit dem Anstoß jetzt. Mal ein bisschen die Pille zuschieben. Wir suchen. Wir suchen da Lücke. Wir suchen da Lücke. Ja. Hier ein bisschen. Mann Schiri. Geh halt mal auf die Seite. so nicht so kopfball-duell gewinnbar so mann dreh dich halt wenn wir hier schon unter ball halten sind naja hilft nicht wir kommen zumindest mal wieder ein bisschen dem tor näher jetzt kommen natürlich die der ksc mit ihren dessen so aufbau wo gehen wir lang wo ist platz ah come on nimm den mit nicht anständig das wär's gewesen naja aber wollte halt gerade nicht irgendwie gegner stören sauber der ball war doch in die andere richtung unterwegs dann lauf doch schon mal ah kein vor spiel schön hier doppelpass aber er kam nicht oh schön durchgesetzt ah zumindest schon mal ein schuss abgesetzt aufs tor schon mal schön in schuss gemacht na ich reiß die innenverteidigung auf nach vorne ah soriano wird hier gestoppt das ist bitter komm schon schöne pässe oh der geht ganz knapp vorbei schade schöner versuch aber leider war es nix so jetzt ist erst mal halbzeit wir sind 1 0 hinten das ist kein gutes ergebnis für das erste gegen diesen gegner da müssen wir schon ein bisschen mehr leisten so ich sag mal weiter ja mannschaft sieht noch gut aus jetzt müssen wir aber endlich mal was zerreißen und das war nicht das was ich wollte definitiv nicht definitiv nicht ich mach den ersten pass und der ball ist weg ich falle aus Versehen in den gegner schön kombinieren lücken suchen so oh come on was war denn das jetzt so Druck ist da ah schade den kriegen wir hier nicht rein einwurf schön ah shit hab ich so lange überlegt und da kommt der Konter da rollt der Konter oh Ecke nochmal für den Geist C übel wir kommen hier nicht klar oh was für eine Ecke so nächste Ecke oh ich renne weg was mach ich denn oh noch eine jetzt wird es aber schon langsam mal gefährlich oh komm tropft mir der Ball ab oh komm schon aufbauen kommt schon die Lücke suchen oh werde ich hier einfach nur weggetackelt das ist schon ruppig am reingehen so dranbleiben ah V-Spiel unnötig hätte nicht sein müssen sauber oh come on dann stell da einfach seinen Körper rein so aber schön nochmal erkämpft aber der Pass war nichts aber gar nichts aber gar nichts bin ich halt gerade jetzt nicht gewöhnt unsere Kickers passt passt oh ab nach vorne oh da nimmt mir der Zweite den Ball ab schirmt doch mal den Ball anständig ab na ich bin auch zu nah am Gegner immer bei den Pässen jetzt muss ich dann gleich die Einwechslung bringen und dann hoffentlich aufdrehen oh come on oh so lauf mal ein Stück ah ah der ist im Abseits schade ah bitter bitter einfach nur so Königs darf heute noch äh Lagos kommt noch und Nagi bringe ich so so spielen wir und sagen wir fortsetzen so dreimal gewechselt vielleicht trägt es ja Früchte ah schade so dranbleiben und versuchen den Ball wieder zu kriegen ein Wurf für uns wo gehen wir lang ja der war zu einfach gespielt zu leicht durchschaubar oh schön durchgezogen ah zwei Möglichkeiten ein Wurf für uns so gib her die Pille was schlecht 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 einfach nur zehn Minuten noch jetzt dürfen wir hier aber mal noch was zeigen boah so sehr offensiv gehen ah shit oh knapp daneben oder knapp Glück gehabt fürs erste oh der geht vorbei so komm schon weit weg damit ah come on so nicht so definitiv nicht so was machen die Gegner probieren sie es nochmal ne so kommen sie nicht durch die Chance auf dem Fuß aber leider nicht nützen können aber absolut nicht man oh Ecke kommt putzt es drin 1-1 Ausgleich oh Soriano per Kopf da wo er hingehört und ah drin ist er zumindest im Punktgewinn den 1 fürs erste so passt doch oh die Ecke war wichtig dass wir die gemacht haben so komm schon nochmal an den Ball kommen das wäre schön nicht nicht hier den KSC hier fertig spielen lassen ah schade da können wir keinen Konter mehr spielen aber 1-1 passt schon für das dass ich heute das erste Mal wieder spiele also ne mein erstes Spiel heute in der Früh ja äh passt eigentlich naja nicht wirklich eigentlich hätte man schon einen Sieg rausholen müssen ich bedanke mich fürs Zusehen würde mich freuen wenn ihr morgen auch wieder dabei seid bis dahin ciao